wir haben zusammen zwei pakete zum auspacken beziehungsweise mit einem fange ich heute an das andere zeige ich wahrscheinlich morgen oder übermorgen und wir gucken jetzt einfach mal was da rauskommt weil ich mehrere bestellungen habe ich glaube drei bestellungen die auf sind und wir lassen uns überraschen was da heute schönes rauskommt es war jedenfalls richtig schwer neun kilo das andere auch neun kilo obwohl ich das noch schwerer fand ich weiß auch nicht und wir lassen uns überraschen was da rauskommt das ist die neue saison das ist meine bestellung auch das wird dann ein kleines kurzes live ja vielleicht kommen wir danach noch weiter es gibt zwei neue produkte in der neuen sorte wo ich mir bestellt habe das wird dann natürlich noch nicht gezeigt die neuen übergangstester set weil die alten fliegen ja raus die muss ich dann raus sortieren und dann kommt die neuen dazu und dann wieder ein ganzes vollwertiges dann gibt es zehn neue düfte ich kann euch ja mal die farben zeigen aber mehr wird noch nicht verraten da bin ich gespannt da kann ich schon mal schön vorbereiten ich freue mich und meine lieblings jahreszeit kommt dann frühlings sommer gefühle wo schaut man wie schöne bunte farben also die zehn ganz neuen düfte kommen mit dann natürlich der neue katalog so viel kann ich euch mal zeigen war das erste mal dass ich selber wusste noch gar nicht was so ein titelbild ist also ich habe hier noch gar nichts gesehen und mich überhaupt nicht beschäftigt das kann ich euch mal zeigen da ist nur die verpackung drauf also ein kleines bisschen zieht man was das ist ein treppenhaus und ein eingangsbereich und dann lassen wir uns überraschen was da alles schönes kommt also da habe ich mehrere kataloge ich vermute dass vielleicht ist das andere der zweite teil dass das nicht platz hatte weil es waren eigentlich nur mehr kataloge als wie nur vier mal an die da kommt noch mehr okay das passt weil die kataloge kann man sich ja auch vorbestellen und da habe ich mir glaub fünf packungen geholt für die neue saison ja dann ist schon leer ich hab dann noch dann ist es jetzt wirklich ein kurzes video da noch die zehn neuen duftsticker neuheiten also von diesen ganzen dingen gibt es alles als duftsticker dann einmal eine produktliste und dann habe ich für mich noch kult leitfaden für beraterinnen als einfach wenn man neu anfängt dass sie mal ein aktuelles hat wenn man sich ja doch schon drei jahre alt und ich wollte einfach neues heft mal haben wie das jetzt dazu drinnen steht genau also ich habe ein größeres das ist jetzt auch kleiner geworden wie der produkt trainings leitfaden und ich habe nur gedacht jetzt hat viel berater oder falls jemand mal interesse hat man kann da mal rein spitzeln was gibt es da einfach für infos tipps schon vorab im ganzen katalog also da könnt ihr euch gerne melden und ihr könnt auch jederzeit zum praktikum bei uns machen in der teamgruppe einfach zwei wochen kostenlos mit rein schnuppern und dann habe ich mir den neuen aktuellen produkt trainingsleitfaden geholt weil ich finde wir haben jedes saisonwechsel hole ich mir echt diesen produkt trainingsleitfaden weil dann weißt du immer gleich wenn es neue produkte gibt was für ja zu jedem produkt weil was ist da das kernmerkmal was ist super was ist besonders was ist toll hast du da einfach schon ein paar grundinfos auch falls jemand was ganz genau wissen will hast du dann da schon mal ideen tipps anregungen für was man es alles benutzen kann wie wo was wie lang funktioniert oder duftet und den hole ich mir jedes jahr immer beziehungsweise zweimal im jahr weil wir dann oft auch ganz neue produkte haben auch ich glaube mein kleiner aber wir sind eigentlich eh schon fertig ist ihm doch kalt draußen er wollte jetzt gerade noch rausgehen eine halbe stunde bevor sein kumpel kommt weil um zwei haben die was ausgemacht genau also das war es eigentlich schon ich habe jetzt nur lauter produkte für die neue saison zum vorbereiten duftbogen dass sie schmelzen kann oder vielleicht schneide ich es auch mache nur schnell schnell mal gucken je nachdem neuen katalog aber ich glaube den werde ich erst angucken wenn es dann so ende der woche die letzten paar tage vielleicht vorher mal anschauen was es alles gibt oder vielleicht so eine woche vorher aber ja wir haben so viele sachen wo uns eben verlassen hier kann ich schon alles vorbereiten voll schön und ja ich glaube dann hätte ich gesagt ich komme vielleicht gleich nochmal live und mache das zweite paket auch dann kann ich nämlich da gleich rumwurschteln und gucken was da ist muss ich noch irgendwas weiter versenden oder ist nur der sensi club auf den ich warte oder war es noch eine sammelbestellung weiß es nicht genau wir gucken einfach mal und genau je nachdem wie der besuch jetzt kommt entweder komme ich jetzt noch mal rein oder später genau als ich hier das ist so die produkte die neuen düfte zum schnuppern ich freue mich schon so wer dann mit euch zusammen die neuen düfte schnuppern kann und hier die zehn ganz neuen düfte vielleicht packe ich die später schon auch so machen wie die einen schnuppern schon mal einmal durch weil da bin ich schon sehr gespannt wie die dann riechen und ich freue mich schon mal im düfte also dann wünsche ich euch einen wunderschönen tag und da geht jetzt bestimmt musik ja das habe ich mir doch dachte das ist jetzt mal interessant gerade ja genau dann macht es mal gut ich komme dann gleich live das war jetzt das ist ja wirklich ein sehr gutes vergnügen aber da bin ich auch gespannt hier eine neue sorte wie der duftet ich glaube das ist voll meinst was ganz ganz schönes frisches einfach und dann schauen wir mal neue saison neue dürfte da werden wir dann auch als familie alle durch die dufttester wieder schnuppern welche favoriten jeder hat und genau so machen wir das dann so schön so schön dass sie bei dem zu hause sein kann nicht mehr weg muss nicht mehr arbeiten einfach hier bei dir bin ja gut dann macht es gut ich schaue mal dass sie das noch schnell verwäumen und vielleicht komme ich noch mal live und das andere paket aus genau okay also dann macht es gut bis dann tschüssi so jetzt musste runter probiert dass er ausmachen kann